Am 12. und 13. Oktober findet auf dem Gelände der Messe Frankfurt die Buchmesse statt. Wir haben uns vorab umgeschaut und einen Blick auf die verschiedenen Bereiche der Messe geworfen. Internationaler Ehrengast ist Brasilien und somit bereits zum zweiten Mal Gastland. Der Schwerpunkt liegt auf der Lebendigkeit des brasilianischen Kulturschaffens. So werden über 90 Autoren und Literaren auf der Buchmesse erwartet. Neben verschiedenen inhaltlichen Themengebieten gibt es auch zahlreiche Diskussionen über die Zukunft und Gegenwart der Literatur und des Buches im Allgemeinen. Talks, Lesungen und Vorträge prägen die Buchmesse und so präsentieren auch Prominente ihre Bücher. Am kommenden Wochenende ist die Buchmesse für Besucher geöffnet. Samstag von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr. Einfach die ganze Zeit versucht zu trainieren. Jeden Tag zweimal in der Zelle. Ich habe mein Müller mal geklaut, mir so Handeln gemacht, mich an die Gitter angebracht.